Oh, schön. Das ist nicht drin, Junge. Oh. Schönes Ding. Schönes Ding. Auch Game-Changing-Updates auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es wird nicht nur um neue Games gehen, sondern es wird auch um bestehende Spiele geben, die Updates bekommen. Also wenn jetzt beispielsweise Fortnite ein gutes Update bekommt, werde ich auch in dem Video mal aufgreifen, dass Fortnite gerade ein geiles Update bekommt. Und das wird in das wird in Hochkant-Format, also TikTok und YouTube Short-Format sein, aber auch in größeren YouTube-Videos. So, ich bin ready. Oh. Schön. Oh, der Rest. Och nee. Oh, alles gut. Wenn ich aufpasse, wird geschoben. Oben. Oh, schade. Der Soldier oben macht extrem Druck. Oh. Die looten. Wodoh, half. Kommst du ein bisschen zurück, ich kann dich da nicht healen. Oh ja. Danke. Links ist irgendwas. Hier. Mercy low. Anti. Ah, den kommt. Danke. Jo, fliegt da so ein Power-Scher raus. Ah. Okay, weiter. Bin ich auch manchmal nicht. Nein, ich emote das Scheiße. Ja, die Maschine. Kommt ihr im Flischen zurück. Komm weg, 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 weg. Oben wieder. Geht drauf, 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 drauf. Oh, nee. Oh, die killt ist einfach besser. Wo kommt der her? Oh, danke schön. Du bist zu lieb drin. Deswegen muss ich dich jetzt. Ja, alles gut, alles gut. Hat sich gelohnt. Klump. Reloaden. Alter, wie ich die Kiriko nicht treffe. Also, Kiriko zu treffen, die hat eine Mini-Hitbox, kann das sein? Jawohl. Danke. Da hat er nicht gestorben ist. Hast du den Pin gesehen gerade? Da hat gespielt. Highground ist soldier, der hat wahrscheinlich holt. Geh mal zu ihm nach oben. Na, doch nicht. Oh, der sagt jetzt. Das Gegner oder unsere? Meine. Ich frage, was du meinst. Ich bin Kiriko. Ich bin nicht Kiriko. Perfekt. Nein, ich... Mann. Ich habe mich ein bisschen auf unsere Ruby verlassen, aber... Wow. Ja, das ist ja schon frech. Das ist mir aber schissend. Ich werde den Teilen hat. Nein. Wir müssten da contesten können. Ja, ich habe noch. Soldier schon mal down. Schön. Ich freh mal den Reinhardt ein bisschen. Von, hier bitte. Ja, ich bin... Was bin ich hier? Ich bin hier weggestoßen. Oh, die Uli ist schön. Aber da ist keiner drin. Oh, 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 oh. Wir sitzen halt raus. Boah, nee. Alter. Na, Moment. Alles gut. Komm schon. Okay, bist du. Das kann nicht sein. Was hältst du aus? Das ist nicht drin, Junge. Ich glaube, dass man zum Beispiel auf TikTok so eine kleine Nische füllen kann. So was wie Gaming News habe ich im Gebiet noch nicht so wahrgenommen. Zumindest im deutschsprachigen Raum tatsächlich relativ wenig. Gesundbrun, danke schön, Knips. Ich habe alles gehört, aber ist okay. Aha. Das Einzige, was er gleich sagen wird, ist, warum hast du mich nicht mitgenommen? Ich bin dabei. Nein, dann machen wir es fertig. Okay, danke. Richtig. Ja, du brauchst das aber auch nicht. Ja, ich bin wirklich überhanden, also zu arrogant oder sonst was. Ich will. Also ich bin geplatzt da. Oh mein Gott. Jetzt ist er schläft. Ist wieder wach, leider. Als nächst du sie auch auf. Ja, du Lüppel. Die schläft schon wieder. Ich habe sie nicht geweckt diesmal. Ich weiß auch nicht. Sagen wir einfach, dass wir Funktionen können. Ich dachte, ich war es, aber ich war es tatsächlich nicht. Ich habe ein anderes Projekt hier gesehen. Danke schön für den hier. Alle, ihr seid schnell. Ich habe Ulti. Wir haben eine Ashe. Ashe ist one. Ich kriege sie nicht oben. Schleif. Nein. Sorry. Sorry, ich habe das auch nicht gesehen. Alles gut. Hab sie. Tim Rari macht den Türfeierabend an. Wir sehen uns. Ich weg sie auf. Hab sie. Oh mein Gott. Tankdauer. Das war. Man, Junkred Gamer. Wirklich. Ich habe Nano. So, dann Tank vor. Beide Ulti kombinieren und dann geht's ab. Okay, was? Ich mache gleich? Ne, ich mache hier wieder leider. Ah ja, zu fast. Das ist Junkred. Die Maywall hat meine ganz so ödigen Neid, Alter. Ne, ne. Aber trotzdem super gut. Schön gespielt. Hey, wie ging das denn gerade? Keine Ahnung. Gar kein Glow hinter uns. Okay, soll er kommen. Wir sind. Hab aber. Vorher noch mal netschut bekommen. Okay. Tank wird halt. Ja. Fun. Und dann. Fun. 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 Boah, okay, ich wechsle nochmal für die restliche Zeit. Das wird knapp, gell? Ne, das wird ganz knapp gerade. Lass durch den Gang gehen, lass durch den Gang gehen. Seid ihr bereit? Ja, bin bereit. Also, komm, auf geht's. Oben der Soldier. Wundervolle Ulti. So hat der Soldier. Jawoll, haben wir geschafft. Der kann auch rumspringen, wie er will. Äh, nein, du wirst dir wirklich am 6.6. nicht Diablo holen. Digga, kann ich mir kaum vorstellen, Alter. Also, ich werde das Suchten, das Game. Egal, ob es nach drei Wochen wieder irrelevant ist, aber ich werde drei Wochen Suchten. Und dann... ... ... ...